hallo ihr lieben ich bin es wieder mit einem neuen video und zwar habe ich mir diese woche sehr viele mangas gekauft für 3 euro pro stück also gebraucht mangas sozusagen und der stapel ist ziemlich groß geworden normalerweise wäre so klein aber das jetzt groß geworden so ist das zeig euch dann mal was ich hier so gekauft habe limit band eins habe ich mir geholt ich finde die zeitung sehr gut hat sich auch gelohnt zu kaufen auch die auswahl war auch ganz gut ich dachte mir hey so ein manga hat doch fast jeder da habe ich das auch geholt deswegen kommt es jetzt auch in meine mangasammlung so nahm ich hier nana und kauf band 436 und 5 gut zu guten zustand allerdings da habe ich hier sind leider von band 1 bis 4 geholt sind alle so neu aus das ist unfassbar glaubt mir dann habe ich hier ultimo band 4 geholt ich muss die anderen bände noch holen das dauert noch ein bisschen weil ich möchte nächstes jahr nach japan fliegen und ich darf nicht so viel ausgeben ich habe es allerdings gemacht naja ich hoffe das ändert sich noch dann habe ich hier poli poli lovers aus band 1 geholt die kosten allerdings knapp 10 euro und dann habe ich für 3 euro bekommen gebraucht geschlecht da habe ich den zweiten band und für alle die das vielleicht wahrscheinlich kennen haben hey will band 1 von dem markt von fairytale ich dachte mir ich hole es mir den und ja schaue ich mal rein wie die zeichnung so ist sieht ganz gut aus so wie fairytale ungefähr ich weiß ja nicht wie der so zeichnet aber ja ich schaue mal dann vorbei dann habe ich hier torico band 6 geholt dann kann ich weiterlesen dann habe ich hier noch paar andere geholt zum beispiel so wo so wort gott und liegt los von band 2 bis 6 gold so 6 3 4 und dann noch 5 ja das war's von mir ich hoffe das video hat euch trotzdem gefallen ich hoffe wir sehen uns dann das nächste mal und bis zum nächsten tschüss